Was für ein Bild hat man als 24-Jähriger von der DDR oder von Deutschland damals gehabt? Wie hat sich das denn mit der Realität vereinbaren lassen? Ja, schwierig. Also man muss sagen, ich bin erst mal gekommen, hatte das Gefühl, frei zu sein. In der DDR? Ja, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber frei von jeglichen finanziellen Sorgen. Ich habe mich vorgefühlt, ich habe mich richtig willkommen gefühlt auch da. Und ich sage einfach, das hat damit zu tun, dass das deutsche Kleingartenwesen funktioniert ja auf der Basis des bundesdeutschen Kleingartengesetzes. Wenn man die kennt, man achtet sie, kommt man mit den Kleingartenfreunden hervorragend klar. Wenn du die missachtest, egal wie alt du bist, egal welchen Bildungsstand du hast, du bist nicht der Freund. Und das wiederum finde ich, sollten wir so sehen, dass, wenn wir das vergleichen mit der Gesellschaft allgemein, zum Beispiel unser Grundgesetz, da ist auch alles geregelt. Und in der Gruppe, wo ich war, war das Thema Bildungsaspekte, natürlich Bildungsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, war das Thema, was ich dann versucht habe zu thematisieren. Aber auch die Finanzierung. Du hast mit CSU-Lern über Migrationspolitik verhandelt. Ja, das war notwendig. Das war ja, das war nun mal ein bisschen vermeiden. So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind am Reistag, wo genau? Wir sind auf der dritten Etage am Fraktionsebene des Reichstagsgebäudes. Wer bist du? Ich bin der Karamba Jabi. Ich bin Abgeordneter des Bundestags und SPD-Fraktion. Mein Wahlkreis ist Halle an der Saal. So, jetzt sind wir im Bundestag. Gab es heute schon Abstimmung? Heute gab es mindestens vier Abstimmungen. Einmal ging es um die Familienzusammenführung und Nachzug von Familienangehörigen von subsidiär gestützten Flüchtlingen. Und darüber haben wir heute abgestimmt. Wozu noch? Ja, wir hatten auch mehrere Abstimmungen insgesamt im Laufe der Zeit. Wir hatten auch Abstimmungen zum Thema Bundeswehreinsatz. Also heute nicht, gestern war das. Und dann bei den einzelnen Anträgen gab es Änderungsanträge von Opposition, die wir auch abgestimmt haben. Also das waren mehrere Abstimmungen zu uns. Ich habe mir noch mitbekommen, es ging mir heute um Parteienfinanzierung. Das auch. Das hatten wir am Anfang auch gehabt heute. Und es ist ja so natürlich, dass die Parteien arbeiten natürlich mit erhöhtem Bedarf an Mitteln. Aufgrund der ganzen Digitalisierung und der Kommunikationsmöglichkeiten sind alles teurer geworden. Und die Parteien haben dann festgestellt, dass es ein Defizit gibt im Bereich Parteienfinanzierung. Und damit sie ihre Arbeit ordentlich machen können, dass sie auch wirklich verfassungsrechtlich, was ihnen zusteht, an Möglichkeiten einfach sich einzubringen in gesellschaftlicher Meinungsbildung. Es ist wichtig, dass die Parteien ordentlich arbeiten können. Hast du all dem zugestimmt heute? Ich habe heute alle Anträge, die da waren, zugestimmt. Nein, ich habe die Änderungsanträge der Opposition natürlich nicht zugestimmt, weil ich meine bin, dass was die Regierung eingereicht hat als Vorschlag zum Vermöden nachzug, das war Kompromiss natürlich zwischen CDU, CDU und SPD. Und diesen Antrag habe ich zugestimmt. Die von den Oppositionsparteien habe ich abgelehnt. Hast du schon mal in dieser Legislaturperiode nicht mit deiner Fraktion oder nicht mit der Koalition gestimmt? In dieser Wahlperiode ist es noch nicht passiert, aber in der letzten Wahlperiode, zum Beispiel bei Verschärfung des Asylrechts damals, wo wir dann die Aussetzung des Familien nachzug und vor allem für Kinder, unbegleiteten, minderjährigen Jugendlichen, dass sie ihre Familien nicht nachsehen können, hatten wir in der alten Wahlperiode auch dazu Gesetzesvorhaben gehabt. Das habe ich abgelehnt gehabt. Bei Bundeswahlsätzen bist du auch immer... Da habe ich auch einmal, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber das ist alles in Erinnerung, es gibt ja viele, viele Gesetze, habe ich nur einmal auch, dass die Regierung Meinung nicht geteilt. Seit wann sitzt du im Bundestag? Ich bin seit 2013 im Deutschen Bundestag und das war meine erste Wahlperiode 2013 bis 2017 und jetzt bin ich in der zweiten Wahlperiode. Hast du geträumt, nachdem du, ich weiß nicht, ob du Abi gemacht hast, aber nachdem du aus der Schule heraus bist, dass du irgendwann mal im Deutschen Bundestag sitzt? Nein, das auf keinen Fall. Ich bin ja in Senegal geboren, dort habe ich auch Abitur gemacht und dort Lehramt angefangen zu studieren und habe aufgehört. Dann habe ich Stipendium bekommen, in die DDR zu kommen. Also damals habe ich nicht davon geträumt, Abgeordnete zu sein. Damals war mein Hauptziel war ja wirklich unabhängig von jeglicher finanzielle Sorge studieren zu dürfen als weißes Kind. Meine Mama ist gestorben, war drei Monate alt, mein Vater war sieben Jahre alt, war dann angewiesen auf Hilfe von Dritter, also meine Schwester, meine ältere Schwester, die mich großgezogen hat. Und das war das einzige Ziel, was ich verfolgt hatte, war ja, einen Abschluss zu haben, ein Abitur zu machen, zu studieren oder einen Abschluss allgemein. Und das ist dann gelungen durch das Stipendium, was ich bekommen hatte, 1985 in die DDR zu kommen. Und dann später hat sich dann ergeben mit dem Engagement im Bereich Politik, hat sich mit der Zeit ergeben. Warum wolltest du Lehrer werden? Ja, am Anfang wollte ich Lehrer werden, weil ich meine Familie jemand hatte, der ein Lehrer ist, der war ein Vorbild für mich. Und mein Bruder hat auch Lehramt studiert und da wollte ich Lehrer werden. Aber aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten, also könnte ich mein Studium in Senegal nicht fortsetzen. Und in der DDR hat man mir dann Chemie angeboten als Studieinrichtung. Das habe ich dann mit wirklich Danken angenommen und dann habe ich dann Chemie studiert. 1985 bin ich auch im Osten geboren. Ach ja. Ich bin auch ein Aussi. Also ein Zufall. Wie war das für dich, in der DDR zu leben? Erzähl mir da mal von was. Ich habe es nur vier Jahre erlebt und kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du da wenig von der DDR erlebst. Bei mir, das war das Gegenteil. Ich hatte sehr viel erlebt. Ich bin ja 1985, 2. Oktober 15.15 Uhr in Berlin. Drei Wochen vor meiner Geburt. Siehst du, das war alles geplant. Ich wusste, dass ein schlaues Kind demnächst kommt. Und deshalb habe ich mich beeilt, um in Deutschland zu sein. Nee, Spaß beiseite. Also zwar bin ich dann im Oktober angekommen, 1985. Dann bin ich dann nach Leipzig gegangen. Dort war, es war so geplant, dass ich in Leipzig Deutsch lerne. Das war die erste Stufe. Dann habe ich in Leipzig dann Deutsch gelernt, neun Monate lang. Nach dem Deutschkurs bin ich dann nach Halle geschickt worden. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Man könnte sich ja nicht aussuchen, wo man dann landet. An welcher Uni? Nee, kannst du nicht. Also man hat hier zugeordnet. Man hat mir gesagt, also wir haben für dich Chemiestudium. Also ursprünglich war ich eigentlich zugelassen, um Elektronik zu studieren. Und dann während dieser Sprachkurs, dann wurde mir gesagt, wir haben für dich kein Chemiestudium. Wir haben kein Elektronikstudium. Die sozialistische Planungswirtschaft, davon weißt du wenig, aber ich kann dir davon erzählen. Und da hat man dann gesagt, nee, im Elektronikbereich haben wir keine Plätze für dich, als Solidaritätsstipendiat, so hießen wir. Aber wir haben Chemie. Ich habe gesagt, danke. Ich bin dankbar, dass ihr Studienplatz für mich habt, dass ihr mir den naturwissenschaftlichen Bereich was anbietet. Nehme ich dankend an. Und dann habe ich Chemie studiert, obwohl da wirklich elektronisch geplant war. Aber für Chemie habe ich das auch sehr gerne gemacht. Und bin dann später dann als Diplom-Chemiker und später dann promoviert im Bereich Geoökologie. Ich habe damals Chemie an der Schule gehasst. War das eines deiner Steckenpferde? Naja, eigentlich ist das so. Ich habe ein naturwissenschaftliches Abitur gehabt in Senegal. Es war so, dann nach 10. Klasse werden die Schüler dann aufgeteilt. Naturwissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Richtung, das ist Serie D, hat man das genannt. Serie Bereich D oder Bereich C, das wäre dann Physik und Mathematik. Das andere wäre Biologie, Geologie und naturwissenschaftliche Bereiche. Und eine der Geistwissenschaftlichen, das ist der Bereich A. Ich habe diesen Bereich D. Das heißt, ich könnte dann alles, was mit Naturwissenschaftlichen zu tun hat, studieren. Obwohl, übrigens, Deutschland, DDR war auch ein Zufall. Ich habe mich beworben damals über eine internationale Organisation. Es nannte sich ISB, Internationale Studentenbund, mit Sitz in Prag. Da waren mehrere Länder Mitglied, meistens sozialistische Länder, aber Länder wie Kanada und waren auch Mitglied drin und viele andere Länder. Und die haben dann Gelder gesammelt in einem Topf, dass jüngere Leute aus Drittweltländern, wie man das so nennen kann, die Möglichkeit bekommen, wenn sie engagiert sind, gute Note haben und familiär nicht so finanziell ausgestattet sind, dass sie das Studium ohne weiteres machen können, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu bewerben in Prag. Also ich habe mich nur in Prag beworben und durfte dann einige Länder ankreuzen. Also zum Beispiel Tschechoslowakei damals, Bulgarien, Sowjetunion. Und da habe ich die angekreuzt. Und dann Fächer kannst du auch mehrere ankreuzen. Dann hatte ich dann Elektronik angekreuzt, Chemie habe ich angekreuzt, Wasserwirtschaft habe ich angekreuzt. Es könnte also Bulgarien Landwirtschaft sein oder Wasserwirtschaft und könnte auch Tschechoslowakei sein mit einer anderen Fachkombination. Mir war das alles egal, Hauptsache du bekommst einen Studienplatz. Und für die Sprache, das war auch völlig egal, denn ich müsste sowieso eine neue Sprache lernen. Sei denn, es wäre ein französisch bestimmtes Land, aber das kam nicht, damals war das nicht bei den Angeboten. War das egal, in welchem Land und welches Fach. Also so, dass ich dann Chemie, Elektronik zugewiesen bekommen habe, das habe ich von der DDR doch nicht akzeptiert bekommen. Dann haben sie mir dann gesagt, Chemie, das habe ich dann gemacht. Und Halle war auch Zufall. Ich habe in Halle studiert, promoviert, aber Halle war Zufall, weil die Herrschaften mich eigentlich in Merseburg schicken wollten. Merseburg hatte damals eine Fachhochschule, immer noch, immer noch, damals war eine Fachhochschule auch. Und dann wollten sie mich da hinschicken. Als Einzige in meiner Gruppe, in der ich Deutsch gelernt habe, waren 17 Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Also meistens ehemalige sozialistische Brüderstaaten, zum Beispiel waren Leute da aus Jemen, einige waren da aus Jordanien und aus Israel war auch eine und so weiter und so fort Äthiopien. Und wir waren 17 in der Gruppe und alle, die aus sozialistischen Brüderstaaten waren, die waren eingeladen nach, in einer Universität zu studieren, nach unserem Sprachkurs und war einer der Beste in der Klasse. Und ich sollte dann aber nach, an einer Fachhochschule und nicht an der Universität. Da habe ich gesagt, das ist ungerecht. Ja, da musste ich erstmal mit den Leuten, damals musste ich mich damit auseinandersetzen und zur Kenntnis nehmen, dass bestimmte Dinge, die nicht geben dürfen, dürfen nicht geben. Also Ungerechtigkeit im Sozialismus gibt es nicht, haben sie mir gesagt. Aber ich sollte mir geben, einen anderen Begriff zu finden. Da habe ich gesagt, das ist ungünstig. Dann haben sie mir dann gesagt, ja, darüber kann man jetzt ernsthaft reden. Warum wolltest du jetzt eine Halle an der Saale? Ich sage, ich möchte eine Halle an der Saale, weil dort eine Universität gibt und trägt den Namen von jemandem, den ich verehre. Und ich stehe zu den Gedanken von diesem Mann. Wer war das? Marte Luther King. Ja, ich habe gesagt, ich möchte an der Marte Luther King Universität in Halle studieren. Dann kennen wir nicht, wer ist denn das? Na ja, sie kennen den. Das ist Menschenrechtler, der hat gekämpft für Gerechtigkeit. Und das ist etwas, wovor ich auch kämpfen würde. Das ist gut, dass du für Gerechtigkeit kämpfst. Deshalb hast du auch ausgezeichnet, dich immer engagiert und so weiter und so fort. Aber wir haben keine Marte Luther King Universität. Wir schicken dich an die Marte Luther Universität, kannst du unsere Formate kennenlernen. Also durch Zufall bin ich in der Halle gelandet, durch Zufall bin ich in der DDR gelandet. Aber ich habe aber keine einzige Minute bereut bis jetzt. Wie alt warst du, als du 85 gekommen bist? Ja, da war ich 24 schon. Ich hatte ja studiert, also Abitur gemacht und angefangen zu studieren. Da war ich 84. Mit 84 habe ich angefangen zu studieren und Deutsch zu lernen. Was für ein Bild hat man als 24-Jähriger von der DDR oder von Deutschland damals gehabt? Wie hat sich das denn mit der Realität vereinbaren lassen? Ja, schwierig. Also man muss sagen, ich bin erst mal gekommen und hatte das Gefühl, frei zu sein. In der DDR? Ja, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber frei von jeglichen finanziellen Sorge. Ich habe in Dakar, zwei Jahre lang dort, angefangen zu studieren. Keine finanzielle Möglichkeit, keine Eltern, keine Unterstützung und plötzlich bekomme ich das Stipendium. Ich habe mich dafür beworben, habe ich das Stipendium bekommen, wusste ich, dass ich sechs Jahre lang, ohne dass dein Vater oder deine Mutter einen Cent zu sagen darfst du Deutsch lernen, du darfst fünf Jahre studieren. Ich kam dann in der DDR, war ich dann befreit von jeglichen finanziellen Sorge. Dass ich sage, jetzt hängt alles von dir ab. Du darfst Deutsch lernen, wenn du das schaffst, darfst du studieren. Und das war dieses Gefühl erst mal der Befreiung. Und natürlich musste ich auch lernen in der DDR-Zeit, dass vieles kann man nicht sagen. Also meine Auseinandersetzung mit dem Personal zum Thema Ungerechtigkeit, weil ich mich so behandelt gefühlt hatte, dass ich nicht an die Uni gehen durfte. So eine Fachhochschule und das musste man lernen. Das sagt man bei uns nicht, das macht man bei uns nicht, das darfst du bei uns nicht. Reisemöglichkeiten und so weiter, die es nicht gab. Für uns durften wir überall eigentlich reisen, aber das Geld hast du ja auch nicht, weil du hast dein Stipendium in DDR-Markt. Und wenn du das umtauschst in der Wiesn, dann ist das nichts. So de facto hast du auch eigentlich keine Reisemöglichkeit. Und damit musst du dich jetzt mal auseinandersetzen. Und da habe ich gelernt zu unterscheiden, was ist denn für dich das Wesentliche. Ich bin ja nicht angereist, um Revolution in der DDR zu machen oder die Verhältnisse zu verändern. Ich bin angereist, um studieren zu dürfen, obwohl ich kein eigenes Mittel hatte. Und das hat geklappt. Das war mein Ziel. Hast du damals bei diesen Montagsdemos und so weiter mitgemacht? Also hast du gegen das Regime protestiert? Ich habe bei den Montagsdemos aktiv nicht mitgemacht. Und diese Zeit war auch verbunden mit sehr, sehr vielen Unsicherheiten bei uns internationalen Studierenden damals. Denn man muss sich das vorstellen, wie deine Eltern, deine Großeltern haben das sicherlich auch erzählt. Es ist so, dass die Leute sind auf die Straße gegangen, die haben demonstriert, die haben Parolen gerufen, die für mich und meine Freunde, ich war damals auch Sprecher der internationalen Studierenden an der Uni, das war für uns beunruhigend. Die sind auf der Straße gegangen, Leute, die du eigentlich nicht so gut kennst, denn wir waren in Ständen, Wohnheime untergebracht, hatten wenig Kontakt mit der Bevölkerung, mit Lehrkörper, man war in seinen Ständenblasen, man hat direkt Kontakt zur Bevölkerung, nicht so richtig. Plötzlich kriegst du mit, diese unbekannte Bevölkerung auf der Straße ist und laut. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, das hat uns dann beunruhigt. Da ich spreche, der internationalen Studierende war und habe besser Deutsch gesprochen, viele, die kamen dann auf mich zu. Die haben dann immer gesagt, aber du bist gut informiert und du kennst die Strukturen sehr gut. Sag mal, was passiert denn jetzt? Dürfen wir bleiben? Diese Situation war für DDR-Bürger natürlich unruhige Zeit, aber für uns auch. Weil für uns war das insbesondere so, dass wir dann immer wieder überlegen müssen, wenn dieser Staat, der euch eingeladen hat, ich zum Beispiel, du bist jetzt kostenlos, durftest du studieren, für sechs Jahre hast du Garantie, dass du Deutsch lernen kannst, fünf Jahre studieren kannst, ich war noch nicht fertig, ich war da im achten Semester. Wenn dieser Staat verschwindet, was ist mit dir? Musst du dann nach Senegal wieder zurück und dann stehst du vor nichts, weil du ja, ich hätte dann keinen Abschluss gehabt, es war achtes Semester, Diplom hatte ich noch nicht und das war sehr, sehr beunruhig. Somit sind wir dann, meine Freunde und ich, also ich war häufiger da als viele andere, bin dann am Rande, habe gestanden, zugehört, weil sie da eine Forderung gestellt haben, bin nach Hause gegangen, immer beunruhig. Weil jeden Tag, wenn die Demonstrationen sind, hat sich gesteigert, die Stimmung hat sich gesteigert, Leute waren ein bisschen lauter als sonst und dann kamen viele, viele Forderungen und dann haben sie die Parolen dann verändert. Es ist ja wochenlang, wir sind das Volk und dann plötzlich hieß dann, wir sind ein Volk. Das hat mich eigentlich mehr beruhigt, weil ich habe mir gesagt, die meinen, wir sind ein Volk, also die meinen auch die da drüben, also Westdeutsche. Und bei denen sind so viele Ausländer, die kann man alles nicht rausschmeißen. Also wenn sie ein Volk sind, dann meinen sie dich auch. Während bei der ersten Parole, wir sind ein Volk, habe ich gesagt, die meinen dich überhaupt, wir sind das Volk. Die meinen dich nicht, weil du kennst die gar nicht. Du durftest mit denen auch keinen Kontakt haben und so richtig. Das war beunruhigend. Die erste Botschaft, die zweite Botschaft war glücklicherweise sehr beruhigend und ist auch so gekommen. Es wurde wieder Vereinigung, dass wir auch hier bleiben dürfen. Und unser Stipendium, nachdem die DDR dann nicht mehr gibt, wurde von Deutschland akademischer Austauschdienst übernommen. Und ich bin heute Berichterstatter von DAAD im Bildungsausschuss des Deutschen Bundestages. Ist das nicht ein schöner Zufall? So, dann hast du Feld studiert, Mauer war gefallen. War dann klar für dich, du bleibst jetzt auch hier und willst in die Politik oder was? Nein, es war nicht klar, dass ich hier bleibe, weil ich hatte meine Promotion, also das Diplom habe ich 1991 gemacht, dann habe ich Promotion gemacht, dann war ich 1995 fertig oder 1996 mehr. Was war dein Thema, Promotionsthema? Ja, aber mein Promotionsthema war ja Schwermetallbelastung von deutschen Schrebergärten. Ich habe mich mit der Schwermetallbelastung der Schrebergärten beschäftigt. Ein Problem, oder? Das war eine interessante Zeit, sehr, sehr interessant. Es war ja so, dass... Das Thema war sehr interessant, weil das sehr aktuell war. Da könnte ich dann wirklich Schwermetallgehalte der Böden untersuchen. Umweltbelastung war damals, Anfang der 90er Jahre, ein sehr, sehr aktuelles Thema. Da haben die Kleingärtner natürlich gefreut, dass ein schönes Ergebnis rausgekommen ist. Das Zweite, was noch interessanter war, ich habe mit meinem Thema, meinem Dissertationsthema, das deutsche Kleingartenwesen kennengelernt. Also deutsche Kleingärtner sind ein nettes Völkchen. Also ich habe mich mit denen so gut verstanden und die sind... Du musst dir vorstellen, du bist da, das ist der Ärzt, das ist die Reinigungskraft, das ist die Ärztin, das ist die Ärztierin, der Lehrer, unser Ingenieur. Die sind alle in einer Kleingartenanlage zusammen und dort spielt nicht dein akademischer Titel oder dein Alter, ihr seid alle Kleingartenfreunde. Und das hat mich so fasziniert, ja, hier zusammenleben und Leute essen zusammen, grillen zusammen und dann über die Säune hinweg gibt es Freundschaften, dass die Leute da sich immer austauschen. Ich habe mich so wohl gefühlt, ich habe mich so richtig willkommen gefühlt auch da. Und ich sage einfach, das hat damit zu tun, dass das deutsche Kleingartenwesen funktioniert ja auf der Basis des bundesdeutschen Kleingartengesetz. Wenn man die kennt, man achtet sie, kommt man mit den Kleingartenfreunden hervorragend klar. Wenn du die missachtest, egal wie alt du bist, egal welcher Bildungsstand du hast, du bist nicht der Freund. Und das wiederum finde ich, sollten wir so sehen, dass wenn wir das vergleichen mit der Gesellschaft allgemein, zum Beispiel unser Grundgesetz, da ist auch alles geregelt, wenn du das Grundgesetz achtest, respektiv, zum Beispiel Chancengleichheit zwischen Mann und Frau, wenn du das nicht in Frage stellst, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, wenn du alles nicht in Frage stellst, kommst du klar. Wenn du anfängst, Religionsfreiheit in Frage zu stellen, zum Beispiel Islam gehört nicht zu Deutschland, da sind Konflikte, die du thematisiert, die du bringst, die dann alles durcheinander bringst, die nicht unbedingt im Sinne des Grundgesetzes ist. Wenn du das Grundgesetz akzeptierst, dann kommst du mit deinen Mitmenschen in der Gesellschaft klar. Wenn du das mit Füßen tritt, gibt es Konflikte, die schwer lösbar sind, wenn du das Bundeskleingartengesetz akzeptierst, respektiv, kommst du mit deinen kleinen Freunden in der Kleingartenanlage klar. Also bin ich der Meinung, das Bundeskleingartengesetz ist unsere Verfassung in Miniatur und das Kleingartenwesen ist die Gesellschaft in Miniatur. Ist natürlich die nächste Frage zwingend, bist du auch Kleingärtner? Ach ja, ich habe eigentlich mir gewünscht, einen Kleingarten zu haben, weil es fasziniert war und die Kleingartenfreunde nach meiner Dissertation, da sie sehr zufrieden waren mit dem Ergebnis, haben sie mir Vorschläge gemacht, im Norden, im Süden, Mitte des Stadtzentrum und da hat meine Frau dann gesagt, du bist jetzt fertig. Meine Dissertation ist fertig und die Kleingärtner haben vorgeschlagen, ich bekomme jetzt eine Kleingartenanlage. Sie hat gesagt, nee, machen wir nicht. Ich sage, warum? Naja, stell dir vor, du kennst ja die Arbeit in der Kleingartenanlage, ich sage, ja, stell dir vor, du treibst dich am Wochenende in der ganzen Welt rum, ich sitze mit den Kindern alleine da, das mache ich nicht. Aber ich habe das akzeptiert. Wie ging es nach der Promotion weiter? Ja, nach der Promotion habe ich dann an der Uni, war ich da ein bisschen tätig als ständiger Mitarbeiter, davor auch schon, aber eine Stelle bekommen für kurze Zeit und dann bin ich dann von der Uni weg, weil ich dann keine Stelle mehr hatte, habe dann angefangen zu arbeiten als Dolmetscher, mehrere afrikanische Sprachen und Französisch und habe mich dann auch parallel sehr engagiert im Bereich Bildung, außerschulische Bildungsangebote habe ich in Schulen gemacht. Man muss das im Kontext ausstellen, das war Anfang der 90er Jahre, da war die ganze Unruhe, die ganze Gewalttaten, Rassismus überall und Mölln, Heuswerda, aber auch Rostock-Lichtenhagen und so weiter. Und da war für mich dann wirklich wichtig, sich mit diesem ganz wichtigen gesellschaftspolitischen Thema auseinanderzusetzen, das Thema Rassismus im Alltag. Ich habe Bildungsangebote unterbreitet in Schulen, bei Lehrer von Weiterbildung, bei der Ercierin, der Ercierin. Und dann habe ich dann irgendwann bei einem Verein gearbeitet, der sich da diese Thematik vorangenommen hat. Ich bin dann fast 15 Jahre lang bei Bildungsträger unterwegs gewesen, habe interkulturelle Bildung gemacht und zu unterschiedlichen Themen in Schulen, bei der Lehre, bei vielen Multiplikatoren. Und irgendwann habe ich mich dann engagiert, auch im Stadtrat in Halle, ehrenamtlich für die SPD-Fraktion im Umweltausschuss und im Bildungsausschuss. Und ja, hauptamtlich bin dann von den Bildungsträgern dann im Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt gewechselt als Referent, habe mich dort beworben. Und von dort dann habe ich kandidiert, dann für den Deutschen Bundestag, war dann 30. Jetzt sagst du, du warst in die SPD dann eingetreten, warum, ich meine, du warst in der DDR, vielleicht bist du ja irgendwie sogar Sozialist geworden oder so weiter, warum hast du denn nicht für die Linke entschieden oder PDS damals? Naja, für die Sozialisten weniger, da kann ich dir auch eine Anekdote erzählen. Also, als ich in die DDR gekommen bin, ich hatte ja keine eigene Flugkarte, weil die DDR hat das Stipendium gegeben, aber ohne Flugkarte. Ich wusste nicht, wie ich hier komme, aber keine Eltern, die mir das geben können, aber ein Onkel, der mir die Flugkarte gegeben hat mit der Voraussetzung, ich darf nicht Kommunist werden. Ja, er hatte gedacht, naja, wenn die Leute dann Sozialismus studieren, die machen 90 Prozent Kommunismus und dann Marxismus, Leninismus, die machen 10 Prozent Fachthema, ja, so, und da wäre ich nie Kommunist geworden. So, ebenfalls, die SPD war die Frage, warum, weil mir das Thema Bildung wichtig war. Und ich wusste, dass bei der SPD, dass der Mittelpunkt steht, zu sagen, jedes Kind muss die Möglichkeit bekommen, erfolgreich im Bereich Bildung zu sein, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und das habe ich dann in der SPD gefunden als Thema, wichtiges Thema. Und aufgrund meiner Biografie, die wirklich das auch deutlich zeigt, dass ich im Bereich Bildung, im Bereich Schule, im Bereich Universität nur weitergekommen bin, weil man mir die finanzielle Möglichkeit gegeben hat, also die Unterstützung durch Dritte, der Staat, in dem Fall, bin ich überzeugt davon, dass im Bereich Bildung können viele, viele, viele jüngere Leute erfolgreich sein, wenn wir den Schwerpunkt so legen, dass die Bildungsstrukturen, Bildungsinfrastruktur, aber auch Personal, mehr Lehre, mehr Ganztagsschulen, mehr Schulsozialarbeit, dann können viele Kinder auch erfolgreich sein. Deshalb bin ich auch in der SPD beigetreten und engagiere mich im Bereich Bildung. Grüne und Linke waren also keine Option. Nein, das war keine Option. Bei der SPD kam noch dazu, das wissen die Leute vielleicht wenig. Ich denke, Parteien sind fast wie Familie, wenn man die Arbeit ernst nimmt, dass man mit den Leuten immer wieder in Austausch ist. Bei der SPD war das so, dass ich viele, viele kannte, mit denen ich mich auch außer Strukturen mit austauschen konnte. Und die kannten mich als Parteilose in vielen Strukturen. Man hat sie mal getroffen, Geburtstagsfeiern, gemeinsam grillen, Gemeinschaft, Väter und so weiter, mit jemandem in die Kneipe gehen. Das sind Freundschaften, die da entstehen. Und ich hatte dann, ohne dass ich SPD-Mitglied war, viele, viele Leute, ich wusste gar nicht, dass sie SPD-Mitglied sind, ich bin mit denen da, immer wieder habe ich mit denen zu tun. Wo es ernsthaft war, dass ich mich entscheiden wollte, einer Partei beizutreten, habe ich dann geguckt. Ich habe gesagt, naja, also Inhalt als Erste, Bildung war das natürlich entscheidend. Und dann das Zweite, der Umfeld. Also mein Umfeld war da so, dass er sozialdemokratisch geprägt war, ohne dass ich wirklich weiß, dass diese Leute SPD-Mitgliede sind. Und das hat geklappt. Und ein dritter Aspekt ist nicht unwesentlich. Ich bin ja bei meinem Schwager und meiner Schwester aufgewachsen im Senegal. So, mein Schwager, der war so ein Geschäftsmann, also Mittelschicht kann man das nennen. Und der hatte aber Visionen immer. Der hat uns gesagt, mir und seinen Kindern, immer gesagt, also ihr müsst wissen, nichts kommt alleine. Ihr müsst selber etwas machen. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Verhältnisse sich ändern, materiell, aber auch in der Gesellschaft. Also nichts kommt alleine. Komme ich in Deutschland, da habe ich mich interessiert für Politik, habe politische Biografien gelesen und so weiter. Und dann fand ich diesen Satz von meinem Schwager bei Willy Brandt, dass Willy Brandt immer gesagt hat, nichts kommt alleine und selten auf Dauer. Ich habe gesagt, wow. So ein Todestag, nee, das war Geburtstag von Willy Brandt, hat man ihn geehrt mit einem Film. Ich habe gesagt, also nachdem ich eine ganze Biografie gesehen habe, als Zusammenfassung in einer Form eines Films, habe ich gesagt, also die Partei dieses Mannes, das ist deine Partei. Das, was er sagt, wie er denkt, so hat dein Schwager, der eigentlich ein Analfabet in einem kleinen Ort in Senegal ist, der denkt auch so. Der sagt, ihr müsst selber etwas machen, nichts kommt alleine. Ich habe gesagt, seine Partei, die Partei von Willy Brandt, das ist deine Partei. Deshalb bin ich auch der SPD beigetragen. Die Frage ist jetzt ein bisschen, ist es immer noch die Partei von Willy Brandt? Hört es ja manchmal so an, als ob es die Partei von Helmut Schmidt ist, so hier, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Nein. Also ich denke, Ist das immer noch deine Partei? Das ist meine Partei, heute immer noch, weil ich der Meinung bin, in jeder Zeit, also er hat auch gesagt, um in der Höhe der Zeit zu sein, hat Willy Brandt immer gesagt, muss man wissen, dass Sachen sich verändern, also um das zusammenzufassen. Ich bin der Meinung, das ist immer noch die Partei von Willy Brandt, das ist immer noch die Partei von Schmidt und das ist auch meine Partei, weil die Herausforderungen verändern sich immer wieder. Also heute haben wir das Thema Flüchtlinge, die als Hauptthema diskutiert wird. Das ist unsere Herausforderung, heute gemeinsam eine Lösung zu finden, zum Beispiel europäische Lösung. und das ist sozialdemokratisch, wie wir rangehen, weil wir versuchen, nicht den Rechtspopulisten nach dem Mund zu reden. Wir sagen einfach, die Herausforderungen sind da, die müssen gelöst werden und wir müssen in der Höhe der Zeit sein, um Lösungen zu formulieren. Zum Beispiel, es gibt nur eine europäische Lösung, um das Thema Flucht momentan zu lösen, weil kein Alleingang ist eine Lösung, die das Problem lösen kann. Und das ist ursozialdemokratischer Grundgedanke. Ein Problem, warum es so viel Spannung gibt, auch in Deutschland, mit der sogenannten Flüchtlingsproblematik, ist ja, dass die sozialen Verhältnisse so schwierig sind, dass viele Leute, ob nun begründet oder unbegründet, denken, dass die Flüchtlinge was bekommen, was sie selber gar nicht mehr bekommen. Also viele Menschen leben in Not. Die SPD hat ja auch einiges an Verantwortung. Ich sage nur, die Hartz-IV-Gesetze, die Agenda 2010. Bist du da eigentlich ein Gegner? Also es gibt ja viele in der SPD, die sich wünschen, okay, wir müssen die SPD erneuern, wir müssen uns von Hartz-IV wieder verabschieden. Bist du auch einer dieser? Also ich bin der Meinung, wir sollen aufhören, aus 2003 die Verhältnisse immer wieder zum Thema zu machen. Wir haben, Hartz-IV ist eingeführt worden, es sind sicherlich Fehler gemacht worden, zum Beispiel, dass man damals keinen Mindestlohn eingeführt hat. Und wenn man aber unsere Arbeit beobachtet, von 2013 bis jetzt, ist das so, dass wir viele, viele Gesetze verabschiedet haben, die zu verbessern, die Lebensverhältnisse der Menschen in Deutschland beitragen und beitragen werden. Zum Beispiel Mindestlohn haben wir eingeführt, die auch jetzt erhöht wurde und wird. Das ist ein Beitrag dazu. Wir haben alleine diese Woche Gesetze verabschiedet, die für den Arbeitsmarkt entscheidende Gesetze sind, zum Beispiel Rückkehrrecht auf Vollzeit, Kettenbefristungen, die wir einschränken werden. Das ist alles verabschiedet. Das waren alles Sachen, die die SPD durchgesetzt hat in dieser Koalition. Und ich denke, dass wir den Leuten deutlich machen müssen, das war ja ursprünglich die Frage, wir müssen den Leuten deutlich machen, dass wir Politik für alle machen. Das heißt, wir sind da, um Lösungsansätze zu finden. Das haben wir im Koalitionsvertrag an vielen, vielen Stellen auch deutlich gemacht. Zum Beispiel kostenfreie Bildung. Also wir sagen, Bildung von PITA, Schule, Ausbildung, Universität, soll nicht kosten. Und da sind Gesetze vorgesehen in diesem Bereich. Da sind alle Antworten auf die Herausforderung von heute. Was wir den Fehler, den wir nicht machen sollen, ist wirklich Menschen, die Unsicherheit bei den Menschen, die entstanden ist, durch viele Umwälzungen in der Gesellschaft, passiert ja sehr viel. Die Menschen, die das ausnutzen wollen, das sollen wir nicht zulassen, denn die wollen nur die Spalten. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir Lösungen finden für die Alltagsprobleme der Leute. Ich denke, dass viele Antworten finden, sich in den jetzigen Koalitionsvertrag. Ich habe nicht ganz verstanden, ob du jetzt gegen Hartz IV bist. Würdest du, es gibt ja einige in der SPD, Marco Bülow und so weiter, die sagen, wir müssten das ganz wieder... Ich bin der Meinung, dass wir das Thema Agenda 20 sehen, sollte man als Paket sehen. Ich hatte ja gesagt, es gibt Teile davon, das waren Fehler, zum Beispiel Mindestlohn nicht eingeführt zu haben. Aber die Lösung der Probleme von heute müssen wir heute anpacken. Und ich denke, da gibt es ja viele, viele neue Vorschläge. Ich würde die ganze Agenda verändern und nicht nur auf Hartz IV einschränken. Das wäre mir so einfach. Aber ich meine, Hartz IV ist ja auch verbunden mit Sanktionspraxis. Wenn Leute irgendwie nicht einen Job annehmen wollen, der ihnen vorgeschlagen wird, dann wird ihnen was gekürzt. Das ist ja auch von der SPD. Da sind auch Veränderungen gemacht worden, oder Vorschläge, dass man zum Beispiel sagt, Sanktionen bei jüngeren Menschen, unter 25, dass man das überdenkt. Ich denke, man muss das Ganze als Paket sehen. Man muss auch im Zeitraum gucken, was passiert ist, bis 2013, 2017. Da sind viele Sachen passiert, wo ich der Meinung bin, die tragen dazu bei, dass die Lebensverhältnisse der Menschen in diesem Land verändert wurden. Wir haben Arbeitslosigkeit unter 2 Millionen. Wir haben gute Steuereinnahmen. im Bereich Bildung haben wir beispielsweise, ich bin ja im Bildungsausschuss, haben wir zwischen 2005 bis 2017 alleine eine Steigung von 130 Prozent, von 7,63 Milliarden Euro auf 17,6 Milliarden Euro. Das sind Sachen, das ist keine Wahlkampfgetöse, das sind richtige Ergebnisse der sozialdemokratischen Politik, weil wir dabei sind in dieser Regierung. Wenn wir nicht dabei gewesen wären, wären diese ganz sozialpolitischen Maßnahmen, die ich erwähnt habe, nicht. Und wir haben auch in dieser Wahlperiode jetzt für den sozialen Arbeitsmarkt ein Instrument, das wird heil vorgeschlagen, auch diskutiert jetzt, dass wir für die Langzeitarbeitlosen ein Instrument schaffen, dass jeder, der langzeitarbeitlos ist, dass er die Möglichkeit bekommt, in einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit drei Jahre, bis zu fünf Jahre, beschäftigt zu sein, begleitet mit einer Ausbildung. Das ist ein Problem, dass wir Langzeitarbeitslosigkeit befestigen bei einigen Gruppen, eine Million Menschen gibt es davon und dafür wollen wir dann für 150.000 Leute den sozialen Arbeitsmarkt einführen und dass man davon profitiert. In meinem Wahlkreis werden dann über 4.200 Leute davon profitieren. Das sind Antworten auf die Bedarfe, die in der Gesellschaft sind. Da sind viele andere im Bereich Pflege und so weiter und so fort. Aber das, was ich gerade deutlich machen möchte, ist, die Antwort auf die Fragen, auf die Herausforderungen, die sind heute, die müssen heute beantwortet werden und die Beispiele, die ich gegeben habe, sehe ich die als eine Antwort auf die heutige Herausforderung. Du bist im Bildungsausschuss, wir wissen ja, Bildung ist in Deutschland im größten Teil aber eine Ländersache. Wie viel Einfluss habt ihr überhaupt auf die Bildungspolitik in Deutschland? Aufgrund des Federalismus ist es so, dass Bildung ist hoher der Länder. Allerdings ist es uns gelungen. Du bist eigentlich Bildungsministerin Sachsen-Anhalt. Es ist uns gelungen, jetzt in dieser Koalition, dass wir vereinbart haben, dass wir das Grundgesetz demnächst enden werden, dieses Jahr noch, damit der Bund dauerhaft sich in Beragsschule auch engagieren kann. Wir wissen, wir haben Lehrermangel überall, wir haben Scharnierungsstau in Schulen, da fehlen dort 32 Milliarden Euro. Jetzt haben wir mit der Union gemeinsam uns vereinbart, dass wir 11 Milliarden Euro bildungsoffensive Investitionen im Bereich Bildung tun werden, indem wir das Grundgesetz ändern, dass der Bund sich dauerhaft diese engagiert. Das ist eine US-demokratische Forderung und die wird jetzt in dieser Koalition umgesetzt. Mehr kann man wirklich nicht verlangen, denn ich bin der Meinung, die Investitionen alleine, mehr Forschung und Bildung, die lassen sich zeigen und das wollen wir in der praktischen Politik auch umsetzen und das wird demnächst auch Realität werden. Also ihr ändert das, Grundgesetz ändert ihr, das heißt, ihr habt dann anscheinend im Bildungsausschuss auch mehr zu sagen in Sachen Bildungspolitik in Deutschland, richtig? Ja, das Ganze, die ganzen Veränderungen, die wir vorstehen, Grundgesetzänderungen, muss natürlich mit den Ländern besprochen werden. Wir können nur als Bildungskooperation machen, dass Länder, Bund und Länder gemeinsam an einem Strand sehen, die Länder sehen die Notwendigkeit und die Erwartungen der Länder müssen wir berücksichtigen natürlich und parallel zu dieser Bildungsinvestition wollen wir auch einen nationalen Bildungsrat bilden und in diesem Bildungsrat sollen Fachmenschen, also im Bereich Wissenschaft, im Bereich Soziales, die Sozialpartner sollen mit einbesorgen werden, dass wir in einen nationalen Bildungsrat über Standard diskutieren, über Zukunft der Bildung in einer veränderten Welt, wie soll das aussehen, also parallel zu den existierenden Strukturen wie KMK und andere brauchen wir wirklich eine Institution, wo wir dann gemeinsam diese Vorschläge diskutieren, ich freue mich sehr, dass der Nationalbildungsrat gegründet wird und dass wir dazu auch einen Beitrag leisten können. Hast du radikale Vorstellungen, wenn es um Bildung geht? Also meine Vorstellung ist wirklich oder mein Wunsch wäre, wenn es uns gelingt, dass wir in den nächsten Jahrzehnten alle Schulen in Deutschland sanieren, dass alle Kinder egal wo sie sind in Deutschland unabhängig von Postleihzahl, dass sie in bestmöglichen Bedingungen studieren, dass wir keine Kinderarmut mehr haben in Deutschland, das eingedämmt wird, denn es ist ja so, dass wir in bestimmten Kommunen auch Situationen haben, dass bis zu 30% Kinder sind, die von Hartz IV-Familien leben, Halle zum Beispiel, da gibt es Stadtteile davon. Willst du ja nicht abschaffen? Doch, doch, ich sage, das sind ja unser Ziel, also du hast mich gefragt, was radikale Veränderung, sage, so viel investieren im Bereich Kita, Schule, Bildung, Vereinbarkeit, Familienberuf, in diesem Bereich, in der Kombination dieses Pakets, dass keine Kinderarmut, dass alle Kinder den bestmöglichen Zugang zur Schule haben, sanierte Schule, Digitalisierung, das haben wir gar nicht angesprochen, ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung, das gehört alle in diesem Paket. Das hört sich jetzt nicht so radikal an, also da würde es wahrscheinlich sogar einigen CDU finden, die genau dasselbe sagen. Das sehe ich jetzt nicht so, ich sehe, dass das radikal ist, weil die Kombination von allen Elementen sind ja so, dass Teile dabei sind, die nur wir das bis jetzt gefordert haben, die zum Beispiel, betone das, diese Bildungsföderalismus, das so zu reformieren, dass der Bund sich dauerhaft engagiert. Das hat die CDU immer abgelehnt und das werden wir jetzt diskutieren mit den Ländern und das wird auch umgesetzt und das ist schon ein Alleinstellungsmerk an der SPD, dass wir solche Chancengleichheit, Gerechtigkeit im Bereich Bildung immer zum Thema machen, dass wir auch Geld jetzt mobilisieren dafür, das ist schon was Konkretes. Wie willst du, hast du Lösungen parat, wenn es darum geht, ich meine in Deutschland ist es so, die Herkunft bestimmt immer noch, ob du am Ende, welchen Abschluss du hast, also keinem Land Europas ist es so schwer quasi von einem nicht, von nicht Akademikereltern ein Akademiker zu werden und wer Akademikereltern hat, wird, geht wahrscheinlich auch mal irgendwann studieren. Wie können wir das, wie können wir da hinkommen, dass Deutschland vielleicht das ändert? Ja, in Deutschland ist leider, leider immer noch festzustellen, dass der Erfolg im Bereich Bildung sehr abhängig ist von Geldbeuten der Eltern und mein Ansatz ist, also da wo ich mich engagiere und mich einbringe ist ja, dass es uns gelingt im Bereich Bildung mehr Investitionen zu mobilisieren. Es kann doch nicht nur ums Geld gehen, oder? Nein, das ist nicht nur Geld, es geht um Personal auch, aber ohne Geld geht es auch nicht. Also wenn ich von Sanierung der Schulen in allen Sozialteilen rede, dann rede ich auch um Geld, um das zu finanzieren und da brauchen wir Steuergelder dafür, die auch investiert werden und deshalb haben wir dann gesagt, der Überschuss, den wir momentan haben im Bereich Finanzen, ja dieser Überschuss muss in Investitionen fließen, das tun wir gerade mit 11 Milliarden Euro für diese Wahlperiode, das ist aber vielleicht ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir müssen, wir brauchen mehr Lehrer und das können die Länder alleine nicht stemmen und deshalb dieser Zugang von Kindern aus bestimmten sozialen Schichten, die kann nur gewährleistet werden, wenn die Bedingungen der Zugangsbedingungen überall. Das gleiche ist, ich rede von BAföG, die wir reformiert haben, reformieren werden, dass mehr jüngere Leute Zugang haben, wir haben Stipendien, die da sind, die vielleicht nicht von allen bekannt sind und abgerufen werden, da sind auch Überlegungen dort auch das zu optimieren, wir haben die kostenfreie Bildung, Kostenfreiheit im Bereich Bildung, der Zugang zur Bildung im Bereich Kita, Schule, Hochschule und Ausbildung. Wenn wir das jetzt umsetzen, das ist auch ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit, denn wenn das Kita, wenn jemand im Bereich Kita kein Geld mehr bezahlt, das was übrig bleibt, kann die Familie das woanders auch einsetzen. Insofern finde ich schon, dass die Aufhebung des Kooperationsverbundes, also das Verbot der Kooperations zwischen Bund und Land in Demberg ist ein Beitrag, Kostenfreiheit ist ein Beitrag, mehr Lehre ist ein Beitrag und übrigens finde ich auch, dass mehr Lehre im Migrationshintergrund auch ein Beitrag ist, denn in Deutschland wissen wir ja, dass die Klassenzimmer sind meistens sehr bunt, aber die leeren Zimmer nicht. Insofern finde ich schon, dass in einer Bevölkerung mit 23 Prozent Menschen im Migrationsgeschichte ist das längst überfällig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie kann die interkulturelle Öffnung im Bereich Schule auch Fuß fassen und das versuchen wir natürlich innerhalb der SPD auch Thema zu machen. Wir brauchen mehr Lehrer und Lehrerinnen, wie kann man den Beruf an sich attraktiver machen? Ja, in dem die Bezahlung natürlich auch attraktiver gemacht wird. Ja, das ist ja wichtig, aber ich denke, das Problem liegt woanders. Also der Lehrerberuf als solcher, also ich kenne viele Lehrer in meinem Umfeld, weiß ich, das muss noch mehr Wert, also die Wertigkeit des Lehrers zu sein, das muss aufgewertet werden, also die Ausbildung ist nicht das einzige, also die soziale Stellung des Lehrers. Ich meine, wenn wir in einer Schule die von mir genannte Schulsozialarbeit haben, wenn wir Ganztagsschulen haben, dass der Lehrer entlastet ist von anderen Aufgaben, dann werden dann viel mehr Leute sich engagieren auch in dem Bereich, dass sie Lehrerstudio machen und wenn es uns gelingt, im internationalen Bildungsrat alle diese Themen zu diskutieren, dass es nicht so sein kann, dass wenn ich Bundesländer haben, die Lehrer verbeamten, dass sie attraktiver sind, da hinzugehen und ich bilde Lehrer, also wir bilde Lehrer in Sachsen-Anhalt, wenn die nicht verbeamtet werden, dann gehen sie in Bayern, die werden verbeamtet. Da sind Ungleichheiten, die da sind, die dazu führen, dass wir bestimmte Berufe nicht so attraktiv sind und da gibt es viele Ansätze, die wir verfolgen momentan. Was kann man mit der CDU und CSU nicht hinbekommen in der Bildungspolitik? Ja, ich habe dann mitbekommen, dass das Thema definitiv Aufhebung des Kooperationsverbots, dass das mit der CDU und CSU ein sehr schwieriges Thema ist, aber uns geht es darum, das Ganze in einer kooperativen Form mit den Ländern zu besprechen und die haben die CDU und CSU hat sich übrigens bewegt, weil unsere Forderung, die ist ja nicht neu, dass der Bund sich auch dauerhaft im Bereich Bildung engagiert, das ist nicht neu. In dieser Wahlperiode haben sie unsere Vorschläge akzeptiert und das ist gut so. Wie kam das denn irgendwann, dass du in den Bundestag gekommen bist? Ja, ich war ja politisch engagiert seit langem und auch Stadtrat, kommunalpolitische Erfahrung und da 2013, da wir keinen Abgeordneten im Wahlkreis hatten, dann war man auf der Suche nach einem geeigneten Abgeordneten und wurde dann mehrere Leute gefragt, ob sie sich vorstellen können und so wurde ich gefragt, habe ich dann das Wort Ja gesagt. Na ja, so schnell kann man nicht Ja sagen. Mit der Frau gesprochen und so. Mit der Familie gesprochen, mit Freunden gesprochen, das ist sehr, sehr wichtig, die Freunde, die dich gut kennen, dass man die auch mal fragt, du sag mal, ich wurde gerade gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass du Kandidaten im Bundestag, was hältst du denn davon und solche Leute brauchen wir im Leben auch, ne? Also Familie, Freunde, die habe ich gefragt, die haben meistens dann gesagt, ja, ich finde es gut, du bist geeignet und dann, ja, aber es ist kein Spaziergang, es war ja gegen Kandidatur da, Kandidaturen und am Ende waren wir zu zweit und dann bin ich dann mit 65 Prozent habe ich dann diese Rennen gemacht in SPD-interne Bewerbungen da, so ist der Prozess zu verstehen. Hast du dein Direktmandat geholt? Nein, in Sachsen-Anhalt hat die CDU alle Direktmandate und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, die wir in Sachsen-Anhalt erreicht haben und bin froh, dass die Hallenserinnen und Hallenser mir das Vertrauen im zweiten Mal geschenkt haben und dass ich dann hier die Arbeit weiter fortsetzen kann, insbesondere im Bereich Bildung. Hat sich dein zweiter Wahlkampf letztes Jahr von deinem ersten vor fünf Jahren einen Unterschied? Ja, das ist ein großer Unterschied. Der letzte Wahlkampf war da so, dass man feststellen muss, dass die Stimmung war sehr, sehr rau. Also mit der AfD als Partei, die angetreten ist, haben wir insbesondere im Wahlkampf mitbekommen, dass viele, viele Hetze und bedrohliche Eintragungen in Facebook von Menschen, die sich als AfD bezeichnen und auch ich persönlich meine Wahlplakaten wurden dann in einer Art und Weise thematisiert, dass beleidigende Dinge dabei waren und das war nicht schön und auf der Straße natürlich, wenn man da mit einigen Leuten redet, die eigentlich keine Sachargumente mehr hören wollen, sondern nur destruktiv mit mir diskutieren wollen, die keine Vorschläge auch hören wollen und das ist schon im Vergleich von der Zeit vor fünf Jahren etwas anders. Wie lange willst du noch Bundestags Abgeordneter sein? Hast du ein Exit-Szenario? Also ich bin im Moment sehr gerne Abgeordneter, ich mache meine Arbeit sehr gerne und für die Zukunft, wie das so sich gestaltet, habe ich mir noch keinen Gedanken gemacht. Machst du dir Gedanken, wie man die SPD gestalten kann? Also die will sich jetzt auch wieder erneuern? Ja, innerhalb der SPD laufen sehr viele Diskussionen, ich bin auch beteiligt in meinem Ortsverein, denn die Erneuerung der SPD kann nicht von oben passieren, das kann nur von unten passieren. Wir haben ein Konzept, die Vorliegen von Parteivorstand und die müssen dann diskutiert werden, es ist ein sehr komplexer Vorgang, der momentan passiert, aber es sollen in den Ortsvereinen auch darüber diskutiert werden, welche Themen stellen wir im Mittelpunkt, wie konzentrieren wir uns auf unsere ursozialdemokratischen Themen, wie im Bereich Bildung, im Bereich Soziales, unser Zusammenhalt in der Gesellschaft, das sind alle Themen, die wichtig sind und die werden dann in den Ortsvereinen, wir brauchen die Beteiligung unserer Mitglieder und bei mir im Ortsverein läuft das schon, ich bin bei den Ortsvereinsitzungen immer dabei, wenn darüber diskutiert wird und da sind wir zuversichtlich, dass wir in den nächsten anderthalb Jahren einen Fortschritt erreichen werden. Anfang des Jahres gab es ja hier SPD-Mitgliederbefragungen zum Thema GroKo oder NoGroKo, wie hast du abgestimmt? Ich war für die Beteiligung der SPD an der jetzigen Regierung, vor allem, weil ich das Ganze betrachtet habe inhaltlich. Ich habe mir den Koalitionsvertrag angeschaut, ich habe auch mitverhandelt. In der Bildungspolitik? Ja, ich war im Bereich Migration und Integration, aber ich betrachte Migration und Integration als ein Querschnittthema, die kann überall thematisiert werden und in der Gruppe, wo ich war, war das Thema Bildungsaspekte, natürlich Bildungsbeteiligung von Menschen Migrationshintergrund war das Thema, was ich dann versucht habe zu thematisieren, aber auch die Finanzierung. Du hast mit CSU-Lern über Migrationspolitik verhandelt? Ja, das war notwendig, das war ja, das war nun mal nicht zu vermeiden. Wir haben aber trotzdem einen guten Koalitionsvertrag auf den Tisch gelegt. Ich war überzeugt, dass der Koalitionsvertrag richtig ist, gut ist und dass man auch das unterstützen soll. Deshalb bin ich auch bei den ganzen Regionalkonferenzen auch mitgegangen, habe dann auch an acht unterschiedlichen Veranstaltungen teilgenommen, wo ich versucht habe zu erklären, warum das wichtig ist, dass wir auch die Sachen umsetzen, die wir durchgesetzt haben und das finde ich schon eine wichtige verantwortliche Position. Wenn ich jetzt sage, du bist einer der Verbündeten von Andrea Nahles und der SPD-Elite, ist das richtig? Also ich bin Teil bis jetzt nicht bei Kevin Kühnert so, die mal das alles mal von unten... Ich bin Teil der SPD, ich bin Teil der Abgeordnete, gehörst du natürlich, das hat Mütterferien früher gesagt, gehören wir alle zur Führungsebene der SPD. Insofern finde ich das richtig, dass Andrea Nahles momentan eine klare Position zu bestimmten Themen, die momentan aktuell diskutiert werden, wie Flüchtlingspolitik oder Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, die hat eindeutig klare Positionierung, das brauchen wir und in der Fraktion stelle ich fest, dass wir geschlossen hinter Andrea Nahles stehen und das ist gut so. Hast du Ambitionen innerhalb der Partei? Also würdest du irgendwann vielleicht auch mal Generalsekretär werden oder Parteivorsitzender oder so weiter? Ich bin sehr gerne Abgeordneter und ich freue mich, wenn ich meine Abgeordnetätigkeit ordentlich machen kann, insbesondere im Bereich Bildung, wenn es mir gelingt, dass wir die Sachen, die wir vorhaben, dass wir in den nächsten Jahren wirklich komplett und konsequent umsetzen können. Und sitzt du auch noch in einem anderen Ausschuss außer dem Bildungsausschuss? Bitte? Sitzt du in einem anderen Ausschuss? Außerdem bin ich im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement und bin stellvertretendes Mitglied im Unterausschuss globale Gesundheit, das ist mir auch wichtig und bin natürlich in einigen Gremien wie die Landessentrale, Bundeszentrale politische Bildung im Kuratorium und bin auch in erweitertes Fraktionsvorstand. Und bürgerschaftliches Engagement heißt das, du kannst dir zum Beispiel Volksabstimmungen vorstellen auf Bundesebene? Ja, sehr gut. Das ist eine Position der SPD. Wir haben im Übrigen in der Ausfahrt in 2013 haben wir in den Koalitionsverhandlungen das vorgeschlagen. Die CSU will das ja auch? Eben. Nur die CDU nicht? Genau. Die CDU ist dagegen, die CSU war dafür, wir waren dafür, aber da das Ganze nur Konsens ist, könnten wir das nicht durchsetzen. Aber ganz ehrlich, ich denke, es wäre schön, wenn die CDU sich in diesem Bereich auch bewegt, dass wir wissen, die Gesellschaft verändert sich, die Beteiligungsmöglichkeiten müssen wir überdenken. Wir müssen auch hören, was kommen denn an Vorschlägen. Beispielsweise bei Wahlbeteiligung ab 16, das ist für mich selbstverständlich. Ich habe jüngere Leute, die mit 16 sich beteiligen an vielen Ebenen. Also das ist nicht nur Jusos, sondern viele, viele jüngere Leute in vielen Bereichen, die sich beteiligen an gesellschaftlichen Prozessen, die abzulehnen oder auch weil Wahlrecht für Menschen mit Behinderung zu erweitern, da sind alle für mich, die sind überfällig, diese Schritte, die hätten wir längst machen müssen. Also ich würde mir wünschen, wenn der Koalitionspartner sich deutlich bewegt in dieser Richtung. Es gibt ja so circa 10 Millionen Menschen in Deutschland, die keine deutschen Staatsbürger sind, aber hier leben, sollten die deiner Meinung nach das Wahlrecht haben? Die Wahlbeteiligung bezahlen ja Steuern, ja. Ja, die politische Partipation von Menschen, Migration ist ein weiteres Thema. Ich bin der Meinung, erstens, dass wir die Staatsbürgerschaft modernisieren müssen. Es müsste deutlich erleichtert werden, Doppelstaatbürgerschaft zu bekommen. Die ideologische Blockade der Union muss dort auch aufhören. Man kann deutsche Staatsbürgerschaft haben und eine andere und loyal zu diesem Land sein. Viele, wie du sagst, tragen zu Wohlstand dieses Land aus vielen unterschiedlichen Gründen können, nehmen sie die deutsche Staatsbürgerschaft nicht, nur weil die Doppelte nicht möglich ist. Ich denke, das werden wir weiter diskutieren müssen. Das Zweite ist, kommunales Wahlrecht für Drittstaatangehörige ist in fast allen EU-Ländern, nur in Deutschland nicht. Wenn die Leute de facto, also viele Hindernisse haben, die deutsche Staatsbürgerschaft zu nehmen, müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie kommunalbeleistung beteiligen, wenn da Drittstaaten sind. Wir haben Stadtteile manchmal oder bestimmte Städte, 30%, 40% mit mehr Menschen im Migrationshintergrund. Wenn sie ausgeschlossen sind bei demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten, dann stimmt mit der Demokratie etwas nicht. Wenn ab morgen Volksabstimmungen möglich wären, welche Frage würdest du den Deutschen zur Abstimmung stellen? Ich würde den Deutschen zur Abstimmung stellen, dass wir dafür reden, dass ob der Bund sich dauerhaft und komplett im Bereich Bildung dauerhaft engagiert, dass wir einheitliche Standards komplett einführen. Ich meine nicht jetzt, dass wir die Länder die Kompetenzen 100% wegnehmen, aber die Angleichung der Verhältnisse Ost-West, aber auch zwischen schwachen Regionen in unserem Land, dass wir die wirklich Angleichung anstreben im Bereich Bildung, dass der Bund sich dauerhaft dort mit engagiert. Das würde ich zur Diskussion stellen, ohne wenn und aber. Das ist ein bisschen kompliziert, die Frage, oder? Die ist nicht kompliziert. Es geht ja darum, wollen wir, dass wir die Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen, dass der Bund sich da definitiv also im Ganzen da engagiert, ja oder nein. Das kann man sehr einfach formulieren. Ich denke, die Lehrer, die Eltern, die Schüler, die werden das bestens verstehen. Und letzte Frage, was ich jeden Politiker frage, wie hältst du es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Da gibt es verschiedene Optionen und Varianten. Es gibt noch keine einheitliche Idee, aber die große Idee eines Grundeinkommens? Da gibt es Michael Müller hier in Berlin, der kann damit auch für eine bedingungslose Grundeinkommen stehe ich skeptisch gegenüber. Ich bin dafür, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass jeder, der arbeiten geht, mit dem Geld leben kann, was er verdient, wenn er voll arbeiten geht. Das heißt, dass wir Tarifbindung zum Beispiel ist ein Thema, dass das breiter gestellt wird, dass wir Arbeitsmöglichkeiten schaffen für Menschen, die lange keinen Zugang zum Ärztearbeitsmarkt haben, zum Beispiel den sozialen Arbeitsmarkt mit Entgeltvariante und jeder, der schwach in unserer Gesellschaft, also in schwächere Gruppen gehören, ob man krank ist, Behinderung und so weiter, diese Menschen müssen wir natürlich solidarisch an der Seite stehen, dass sie ohne Bedingungen Unterstützung bekommen, aber jeder, der gesund ist und arbeiten kann, finde ich, sollten wir die Möglichkeit geben, dass er sein eigenes Geld verdient, damit er auch leben kann. Deshalb bin ich skeptisch gegenüber Bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt ja viele Menschen, die immer noch einen Job haben, arbeiten gehen, aber trotzdem noch Unterstützung vom Arbeitsamt brauchen. Ja, genau daran gehen wir, dass wir dann sagen, Rückkehrrecht auf Vollzeit, also Entfristung von Arbeitsverträgen, also dass Kettenbefristungen abgeschafft werden, das sind Maßnahmen, die wir gerade jetzt angehen und wenn wir das alles berücksichtigen und dann Tarifbindung, dass man wirklich nicht mit Hungerlohn nach Hause geht und prekäre Beschäftigungen und die tragen alle dazu bei, dass man auskömmliche Einkommen hat, womit man leben kann, dann reden wir dann nicht mehr um bedingungslose Grundeinkommen, sondern wir reden darüber, dass die Leute im Bereich Arbeit, dass der Arbeitsmarkt soll sich an Menschen anpassen und nicht Menschen soll sich an Arbeit anpassen. Dafür müssen wir sorgen. Letzte Frage, was wäre denn für dich kein Hungerlohn? Also wenn du entscheiden könntest, was ein gerechter Mindestlohn in Deutschland wäre, wie hoch wäre der? 20 Euro? Nein, kann ich mich nicht ganz festlegen. Ich weiß nur, dass viele reden momentan von einem Mindestlohn von 12 Euro. Je nachdem. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man untersucht, inwieweit 12 Euro Mindestlohn Realität werden kann. Momentan sind wir 8,84 Euro und da wird spekuliert, dass es kräftig ist. Dann hat Pressemeldungen gegeben, dass es kräftig steigen wird. Was kräftig heißt, müssen wir abwarten. Aber ich bin sicher, dass wenn wir 12 Euro Mindestlohn haben, das könnte wirklich eine gute Lösung sein. Könntest du von einem Job 40 Stunden pro Woche leben, der Mindestlohn zahlt? Ja, ich meine, es wurde ja mehrfach gerechnet, dass das Existenzminimum höher ist, als das, was aus Mindestlohn kommt. Aber man muss sich erinnern, als wir Mindestlohn eingeführt haben, das war ein Kompromiss mit CDU und CSU. Die waren nämlich dagegen. So, jetzt haben wir das eingeführt und das steigt und das muss man so sehen, das Glas ist halt voll. Das beantwortet jetzt nicht meine Frage. Also könntest du von dem aktuellen Mindestlohn in Vollzeit leben? Das kann ich nicht einschätzen, weil ich der Meinung bin, man muss das immer wieder in Kontext gucken, in welcher Region man lebt und was sind die Ausgaben. Aber Existenzminimum muss gesichert werden, dass man wirklich wenn man Arbeit geht, dass man mehr Geld in die Tasche hat, als jemand der nicht arbeiten geht. Vielen Dank für deine Zeit. Die WM geht jetzt los. Wie macht ihr das eigentlich, wenn Deutschland spielt und Abstimmungen haben? Dürft ihr nebenbei Fußball gucken? Wenn Abstimmungen sind, das hat Vorrang. Da wird keine Ausnahme geben. Ich gehe davon aus, dass der älteste Rat Tagesordnung wird von Ältesten Rat gemacht, dass sie das einigermaßen berücksichtigen. Und jetzt noch drei Jahre diese Legislaturperiode? Das war deine letzte Frage. Worauf freust du dich die nächsten drei Jahre? Gibt es irgendwas, was du in dieser Legislaturperiode noch erreichen willst? Neben deiner Bildung, politik und so? Persönlich oder dass ich so fit und gesund bleibe, dass ich weiterhin Abgeordnete bleiben kann? Das wünsche ich dir auch. Danke für deine Zeit. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020